Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir kreieren mal ne Robby, genau, ne Lobby und gucken, ob jemand dazu joint. Wir haben Distressing, dass unser Terror-Radius auf 16% gebufft ist, also erhöht ist. Und dafür kriegen wir 10% mehr Bluepoints in der Deviousness-Kategorie. So, was haben wir da? Ein Jake Paul. 12, 15, 4, 12, 4. Der ist gegangen wegen der Vierer, die jetzt wahrscheinlich auch geht. 1 und 13. Oh, really? Uh, Django, Drake, Stark, Zabami. 13, 4, 1, 12. Okay, ähm. Jake und Wade haben die höchsten Level. Schon Dead mit Stufe 1 wird wahrscheinlich noch nicht Selfcare haben. Oder Botanik auf 3. Ja, sie hat vielleicht schon Sprinten. Ja. Und er hofft darauf, dass ich aufkam, aber ich hab schon längst 3D gepflegt. Oh, Jemini. Hier ist Billy mit der Kette. Mit der Kettensäger. Mit der Kette. Oh, sogar noch die richtige Map da für mein Baby. Ja, brrrrrrrrrrrrrr. Hank würde jetzt sagen, ne's die Atom. Hast du Angst? Hast du Angst? Das war's für heute. Okay. Oh, 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 oh. Ach, Mädel. Fenster-Hobby. Ja komm, machen wir mal irgendwas. Wer durchfällt! Verküte ich wieder. Verküte ich wieder. Sie müssen uns rauszumachen. Ja, ich habe noch jemanden. Gut, dann nirg ich mich das eine Opfer mit. Sorry, aber ich hab momentan kein einziges Opfer gehabt bis jetzt. Noch kommst du nicht runter? Nee? Ist das schon unten? Na dann! Hat der einen Hagen sabotiert? Nee, doch nicht! Soll ich den Hagen? Soll ich den Hagen? Oh, no! Oh, oh. Oh, oh. 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 Ah. Yeah. Yeah. Oh. Stop. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. die Für dich habe ich einen besonderen Platz. Ich glaube, der Keller ist hier vorne, nicht wahr? Er ist hier nicht hier vorne? Er ist doch hier vorne, oder? Guck mal! Ja, nur für dich! Hallo! Och, dahinten wurde ja gar nicht gelootet! Es tut mir aber leid! Und heute gibt's wieder Erdbeerzuckerwatte! Mit Kolaschzucker! Juhu! Boah, 17.000! Schön! Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Und vielen Dank fürs Zuschauen! Tschüssi!